Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. Katholische Kirche lehnt AfD für Ehrenamt ab. Der Widerspruch zwischen der katholischen Kirche und der AfD? Ehrenamt im Zwiespalt. Ein Blick auf die heikle Angelegenheit des Ehrenamts unterscheidet den inhaltlichen Konflikt, der zwischen der katholischen Kirche und der politischen Partei Alternative für Deutschland AfD besteht. Demnach lässt sich eine philosophische Differenz zu beobachten, die das Ehrenamt in der katholischen Kirche für Mitglieder der AfD im Kern als unvereinbar erscheinen lässt. Der fundamentale Unterschied zwischen den beiden Organisationen kristallisiert sich aus den jeweiligen Dogmen und politischen Ausrichtungen aus. Die katholische Kirche, welche sich auf die Säulen der Nächstenliebe, der Achtung von Menschenwürde und des Gemeinschaftssinn stützt, widerspricht stark der nationalistischen und teils rassistischen Haltung der AfD. Quelle Süddeutsche Zeitung, 304, 2019 Es besteht eine deutliche Differenz in den Grundwerten, die jedes Ehrenamt in der katholischen Kirche prägen sollten. Hierbei steht vor allem der Inklusionsgedanke im Mittelpunkt, welcher ein zentraler Teil der christlichen Lehre ist. Ehrenamtliche Tätigkeiten in der katholischen Kirche fordern in der Regel ein offenes Auftreten gegenüber jedem Mitmenschen, ungeachtet seiner Herkunft, Religion oder politischen Überzeugung. Quelle Frankfurter Allgemeine Zeitung, 0411, 2019 Die AfD hingegen unterscheidet sich hinsichtlich ihrer politischen Ausrichtung massiv von den Prinzipien der katholischen Kirche. Die Partei propagiert ein stark nationalistisches und oft fremdenfeindliches Weltbild. Dieses Weltbild und die politische Praxis der AfD widersprechen somit deutlich den Grundprinzipien des christlichen Glaubens und der ehrenamtlichen Arbeit in der Kirche. Die Unvereinbarkeit zwischen dem Engagement in der katholischen Kirche und einer Mitgliedschaft in der AfD spiegelt sich somit in den diametral unterschiedlichen Grundwerten wider, welche den Kern beider Organisationen ausmachen. Diese Diskrepanz lässt für viele die Möglichkeit, das Ehrenamt in der katholischen Kirche bei gleichzeitiger politischer Orientierung zur AfD als unvereinbar erscheinen. Autor Anita Farke, Mittwoch, 17. April 2024 Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.